Neue Folge Blacklight Retribution ähm ich bin irgendwie in den Clan eingeladen worden, hier sieht man das irgendwie B2, BG, ich weiß zwar nicht wieso, obwohl ich ziemlich scheiße gespielt habe ähm jetzt suchen wir uns wieder ein Spiel, was gerade angefangen hat oder gerade erst anfängt ich möchte jetzt auf der Map-C-Port spielen, das ist da, ach scheiße, Level 1 bis 10 sorry, ich bin zu gut für euch haha nein, äh C-Port, C-Port da, Team Deathmatch, aber da geht's ich hab schon ein bisschen angefangen, vielleicht mach ich dann noch mal eine Runde oder keine Ahnung so, Spiel beginn Team Deathmatch hä? hä? was war das denn? okay, ich konnte gerade keine Moderna-Bit-Kamera benutzen, also ich weiß nicht wieso, aber das hat sich aber nicht aufgeladen ähm hey wie geht das hier nicht? ja okay, das kann ja sein, dass das so ein Server ist, der ähm ähm aber die Sterkwiss hat und gibt's hier auch tot tot also ich möchte, ich möchte, ich, jedes Mal wenn ich, äh wenn ich das Spiel spiele die die Weryßschlein möchte ich, also jedes Mal wenn ich jemanden geklötet habe, oder Gerada GOT nummer ja, Junge sag ich, das wird euch einfach weg Jetzt mal, wenn ich dieses Spiel spiele, möchte ich direkt, wenn ich jemanden getötet habe, auf V drücken. Also es ist halt dieses HRV, bla bla bla, wo man halt... Ey, was ist das, wieso regeneriert sich hier in der Gesundheit? Boah, ist ja voll Hardcore-Server, also... Dann muss ich mir kurz mal einen Gesundheitstreik holen. Haben wir froh. Boah. Boah, das ist jetzt auch mal ganz geil. Ich hätte jetzt ein bisschen, dass wir mit einem anderen Ego-Shooter spielen, wie Call of Duty oder so, sondern nicht so ein... Nein. Boah, das hasse ich jetzt. Weil ich hätte jetzt eigentlich schon wieder geguckt, wo die kommen, dann hätte ich nicht so ziellos auf den Typen zugerannt. Aber kannst nichts machen. Garthai! Alter, ich drück die ganze Zeit auf V. Ich hab's trinkt, blick's einfach gar nicht. Es gab immer so'n Glitch. Was ziemlich lustig. Man konnte, kann ich gleich mal zeigen... Man konnte dort, man konnte auf einen Bereich gehen, wo man nicht, ähm, da war ich gerade abgelenkt. Man konnte in einen Bereich gehen, wo man, oh, fuck. Okay, ich bin jetzt so hoch wie tot. Ähm, das geht jetzt gleich. Was ist das für Geräusche, wenn die hier kommen? Hilfe! Ähm, man konnte in einen Bereich gehen, wo man, oh, ich bin voll geflasht hier. Oh, voll. Jawoll, das war ja richtig, oh, 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 man. Man konnte in so einen Bereich gehen, irgendwie sich durch ein Fenster glitschern, wo man dann hinspringen konnte. Es war da hinten, da oben drauf. Ähm, da konnte man dort hinspringen und man konnte irgendwie von oben jeden runterschießen, jeden töten. Aber von unten konnte man, glaube ich, irgendwie nicht abschießen oder so. Da ist man durch einen schwarzen Bereich, keine Ahnung, gelaufen, das sah auf jeden Fall so aus. Und, ähm... Das sah auf jeden Fall so aus, als war irgendwie ein ziemlich... Habe ich schon mal so gedacht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dass irgendwie, ja, der Heck tut oder so, ne. Dann habe ich mir ein Video auf die Schrift dazu angeguckt, dann habe ich so gesehen. Und halt, man musste... Kann ich kurz vormachen. Müsste hier, man musste hier drauf, mit mir sprinten und dann doppeldeckter drücken. Dann, dann würde man dort hochgerutscht kommen. Und dann fühlt man sich toll. Aber das wird halt beim letzten Potschdruck verhoben. Man war ziemlich unfassbar. Ja, wo sind denn jetzt die ganzen Tüten? Ja, das hat den Nachteil ohne... Oh, ohne... Oh. Jawoll. Triple Kill. Hier, so sieht's aus, ne. Okay, gleich gewinnen wir schon mit der Papiermann-Handel-Fiel. Ich muss, dass ich direkt beim nächsten Schuss sterbe. 8 zu 3, ja, sieht schon... Ja, noch nicht so ein Zettler. Bam. Nächster Kill. Ich hab auch ne richtig geile Waffe. Ich hab ein Schalldämpfer drauf. Ich hab ein riesiges Magazin. Irgendwie 45 Schüsse oder sowas. Du kannst... Schießt extrem leise. Oh, jetzt schon da jemand den Clan beigetreten. Oh, ihm ist das grad mit dem... PS-Lose sinkt grad immer unter 30. Ich nehm grad die ganze Zeit mit 40 auf. Ist eigentlich auch okay, weil ich... Hier merkt man gar nichts. Aber, ähm... Ja, jetzt hab ich grad 42. Nein, fuck. Oh, fünf Läden, ey. Fuck, Kinder. Egal, äh, bin ich auf Skeppchen? Ne, leider nicht. War zu spät reingekommen. Ich hab ein paar Sekunden ist es vorbei. 40 Sekunden noch. Dann denk ich, weil das war's auch wieder vor Ort. Äh, bei diesem Spiel werde ich... Ähm... Und, ähm, vielleicht wär ich demnächst, äh, mit dem Lenny... Kennt man vielleicht, die da keine... Ihn... Keiner hoheren Sonnen-Spaß. Vielleicht wär ich demnächst mit Lenny Dota 2 Let's Plane, weil er hat uns heute... 2 Keys besorgt. Und, ja. So, wir haben gewonnen. Ich bin nicht auf den Treppchen, leider. Bin aber zu spät reingejoint, aber... Dann sag ich mal, dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.